Hallo, Sebastian hier von der Bogensportwelt und ich habe heute richtig gute Neuigkeiten. Und zwar haben wir jetzt nicht nur hier in Anklam einen Shop und Showroom oder hier in Bad Dürkheim, sondern wir eröffnen unsere erste internationale Filiale und zwar in Österreich, in Klagenfurt am Wörthersee. Aufgrund der räumlichen Nähe zu Christian Vorderegger wird hier unser Kompetenzzentrum für Spider-Boosts, CV-Editions und Falkenholz entstehen, aber auch für Anthur. Wir würden uns freuen, dich in einem unserer Shops begrüßen zu dürfen, ansonsten findest du uns rund um die Uhr online. Bis dahin, euer Sebastian von der Bogensportwelt. Ciao!